Die kalten Lauftage stehen vor der Tür und der ein oder andere Läufer sucht sicherlich auf seiner Laufrunde einen wirksamen Wärmeschutz. Und genau das leistet die Sequential Brushed Lauftight von Adidas. Sie verfügt über die Climber Warm Technologie und ist im Inneren mit einem Fließmaterial ausgestattet. Damit kann man die kalte Jahreszeit locker überstehen. Die dennoch anfallende Körperfeuchtigkeit wird durch das Material nach außen transportiert, sodass die Haut angenehm trocken bleibt. Durch zwei Einschubtaschen an den Seiten sind Taschentücher oder Energy-Riegel schnell erreichbar. Reißverschlüsse an den Beinabschlüssen sorgen für leichtes An- und Ausziehen. Die Schnittführung passt sich bestens an die Beinanatomie an und sorgt bei jedem Tempo für gute Bewegungsfreiheit. Ja, wohlig, warm und hochfunktionell, das ist die Sequential Brushed Lauftight von Adidas. Und auch diese Lauftight ist in unseren Runners Point Filialen zu bekommen oder hier im Shop zu bestellen unter www.runnerspoint.com.